. 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 Gehört ihr auch immer ausdoppelt? Sumi hat wieder mal Probleme mit dem Hörgerätchen. Ich habe ja kein Hörgerät. Lionel, du kannst aufschreiben. Vier Filet vom Bio-Weiderind, zwei Zwiebeln, 125 g Maisgris, etwa 750 g Rotkohl. Das wär's. Sorry, Umi. Ich war kurz weg. Hast du schon etwas gesagt? Sonst ist es wenigstens körperlich da. Hör, ich glaube, ich gehe selbst posten. Bio- und regionale Produkte. Ich muss wieder. Tue das mit dem Videocode, dann schaue mir das nächste Mal mal eines an. Gell, Schwiege-Mami? Tschüss. Ja, ja. Alles wäre das Internet zu kompliziert für mich. Ja, ja. 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 Ja, ja.